Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau, Die Welt, anno 1679. Was ist die Welt und ihr berühmtes Glänzen? Was ist die Welt und ihre ganze Pracht? Ein schnöder Schein in kurz gefassten Grenzen, ein schneller Blitz bei schwarz gewölkter Nacht. Ein buntes Feld, da Kummerdisteln grünen, ein schön Spital, so voller Krankheit steckt, ein Sklavenhaus, da alle Menschen dienen, ein faules Grab, so Alabaster deckt. Das ist der Grund, worauf wir Menschen bauen und was das Fleisch für einen Abgott hält. Komm, Seele, komm und lerne weiterschauen, als sich erstreckt der Zirkel dieser Welt. Streich ab von dir derselben kurzes Prangen. Halt ihre Lust für eine schwere Last. So wirst du leicht in diesen Port gelangen der Ewigkeit und Schönheit sich umfasst.